Nachdenkseiten Die kritische Website Querdenkerlöschung Facebook bestimmt, worüber die Deutschen sich austauschen Von Tobias Riegel Die Löschung von Querdenkerkanälen durch Facebook ist ein drastischer Eingriff des US-Unternehmens in die politische Willensbildung deutscher Bürger. Und das kurz vor den Wahlen. Auch wenn man den Querdenkern inhaltlich skeptisch gegenübersteht, der Vorgang ist ein Skandal und ein gefährlicher Präzedenzfall. Die zustimmenden Reaktionen vieler deutscher Journalisten auf den Akt sind verstörend. Die Löschung zahlreicher Facebook-Kanäle von Querdenkern durch den US-Tech-Konzern muss meiner Meinung nach als Skandal und als Akt der politischen Zensur gewertet werden. Ich bin mit den Querdenkern weder formal verbunden, noch fühle ich mich von ihnen politisch und inhaltlich vertreten, trotz einiger Überschneidungen bei der Kritik an Punkten der Corona-Politik. Aber meine Meinung und meine politische Einordnung der Querdenker ist bei der Frage der Kontenlöschung ebenso irrelevant wie die Meinung von Facebook-Angestellten. Eine andere Meinung kann nicht das Kriterium für die Unterdrückung von Meinungsäußerungen sein. Die Löschung zahlreicher Konten, Gruppen und Seiten, die der Querdenken-Bewegung zugeordnet werden, sei weltweit die erste gezielte Aktion, die sich gegen eine Gruppierung richte, die eine koordinierte Schädigung der Gesellschaft hervorrufe, erklärte Facebook in einer Mitteilung. Konkrete Vorwürfe gegen Querdenken sind laut Facebook etwa die Veröffentlichung von gesundheitsbezogenen Falschinformationen, Hassrede und Anstiftung zur Gewalt. Diese Vorwürfe wurden jedoch von keinem deutschen Gericht überprüft. Dass es für den drastischen Schritt der Löschungen ohne deutschen Gerichtsbeschluss viel Beifall von deutschen Journalisten und Politikern gibt, ist verstörend. Weiter unten werden einige dieser Stimmen zitiert. Nur deutsche Gerichte dürfen die freie Rede in Deutschland einschränken. Betroffen von den Facebook-Löschungen sind laut Medien auch die Accounts von Querdenken-Gründer Michael Ballweg. Er kündigte an, gegen die Löschung rechtlich vorzugehen. Wir haben eine Abmahnung an Facebook Ireland Limited versendet, erklärte er am Freitag. Statt Belege für behauptete Verstöße zu benennen, habe Facebook einen neuen Tatbestand geschaffen, neue Arten von bedrohlichen Netzwerken, um die friedliche Regierungskritik kriminalisieren zu können, erklärte Querdenken 711. Die Kritik an politisch anmaßenden Löschungen durch Facebook bedeutet, wie gesagt, keine automatische inhaltliche Übereinstimmung mit den gelöschten Beiträgen. Ich wäre auch beunruhigt, wenn die Facebook-Kanäle der CDU gelöscht würden und ich war es auch, als der Twitter-Kanal von Donald Trump gelöscht wurde, obwohl ich mit der CDU oder Trump sehr wenige inhaltliche Übereinstimmungen habe. Es geht hier also nicht darum, bestimmte Inhalte von Kritik abzuschirmen, sondern darum, ein Prinzip zu verteidigen, das Prinzip der freien Rede. Das darf in Fällen von Beleidigungen, Volksverhetzung etc. von deutschen Gerichten eingeschränkt werden. Ein privater US-Konzern hat dazu kein Recht. Darum müssen einerseits die Gerichte personell gestärkt werden und muss andererseits Facebook in der Willkür der Löschungen beschränkt werden. Zensur Staat und Private spielen sich die Bälle zu Es ist zu kritisieren, dass der deutsche Staat nicht gesetzgeberisch einschreitet, sondern politische Löschungen durch Quasimonopolisten wie Facebook duldet. Ich unterstelle außerdem, ohne Beweise zu haben, dass zumindest Teile der Großen Koalition diese erneute Facebook-Zensur nicht nur dulden, sondern sie insgeheim mindestens begrüßen. Dass sich beim Thema Meinungsunterdrückung staatliche und private Akteure in unredlicher Weise die Bälle zuspielen, haben die Nachdenkseiten in diversen Artikeln thematisiert. Der Verweis auf den privaten Status von Facebook und darauf, dass Zensur nur von staatlicher Seite möglich sei, ist mittlerweile von der Zeit überholt. Facebook hat inzwischen eine zentrale Rolle auch im deutschen gesellschaftlich-politischen Diskurs. Diese Rolle kann meiner Meinung nach nicht mehr rein privatwirtschaftlich betrachtet werden. Auf diese Frage sind die Nachdenkseiten kürzlich im Artikel »Facebook behält Hausrecht Freibrief für politische Willkür« näher eingegangen. Weitere Infos zum Facebook-Sicherheitsmanager Nathaniel Gleischer, der die aktuellen Löschungen wohl zu verantworten hat, finden Sie innerhalb des Artikels verlinkt. Aktuell betont der Berliner Jurist Ulf Bührmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF laut DPA, Facebook trage als eine der wichtigsten Plattformen für den Diskurs im Netz eine große Verantwortung. Daher dürften Entscheidungen, die die praktische Reichweite der Meinungsfreiheit massiv beeinflussen, nicht allein Netzwerken wie Facebook überlassen werden. Die GFF forderte den Gesetzgeber auf, in der neuen Legislaturperiode ein digitales Gewaltschutzgesetz zu schaffen. Damit meinen wir ein gerichtliches Verfahren, in dem Accounts zeitweise oder dauerhaft gesperrt werden können, mit denen rechtswidrige Inhalte ins Netz gestellt wurden. Die Betonung muss hier aber eindeutig auf »rechtswidrig« liegen, im Gegensatz zu einer unbequemen Meinung. Parallelen zur Impfkampagne Diese Fragen beantworten manche Medien anders, etwa Nordbayern.de Zitat Artikel 5 des Grundgesetzes besagt, dass der Staat jemand nicht für seine Meinungsäußerung verfolgen darf, sofern bei dieser Meinungsäußerung keine Gesetze übertreten werden. Der Artikel besagt jedoch nicht, dass eine private Firma wie Facebook dazu verpflichtet wäre, jemandem für seine Meinungsäußerung eine Plattform zur Verfügung zu stellen. Ganz besonders dann nicht, wenn es sich bei diesen Meinungsäußerungen um Falschinformationen handelt, die möglicherweise Tote zur Folge haben. Zitat Ende Ein ähnliches Problem bei der Abstimmung zwischen privaten und staatlichen Akteuren taucht übrigens indirekt bei der Impfdebatte auf. Es ist unhaltbar, dass privaten Wirten etc. gestattet wird, Ungeimpfte zu diskriminieren. Zusätzlich unhaltbar ist, dass der Impfzwang nicht endlich offiziell verfügt und dadurch angreifbar gemacht wird, sondern dass die Umsetzung des indirekten Impfzwangs auf private Unternehmen abgewälzt wird. Der verstörende Applaus deutscher Journalisten und Politiker Den Applaus vieler deutscher Journalisten und Politiker für die politisch motivierten Löschungen durch einen US-Konzern finde ich fast ebenso verstörend wie den Akt der Löschung selber. Die nun zustimmenden Journalisten und Politiker unterstützen dadurch einen Präzedenzfall für eine Art der Zensur, die auch irgendwann sie selber treffen kann. Die Löschungen durch Facebook sind zweifelsfrei ein Akt der politischen Meinungsunterdrückung und das kurz vor den Wahlen in Deutschland. Wer diesen Akt begrüßt, begrüßt auch das Prinzip der politischen Zensur. Indem zahlreiche deutsche Journalisten großer Medien immer wieder intensiv die Fakes und den Hass im Internet anprangern, soll außerdem suggeriert werden, man selber wäre bezüglich der Manipulation der Bürger unschuldig. Dabei verbreiten etablierte Parteien und Medien zum Teil Fake-News-Kampagnen, etwa im Vorfeld von Angriffskriegen oder von Hartz IV, deren Umfang und deren Folgen alles in den Schatten stellen, was Blogger und Kommentatoren in Internetforen jemals werden anrichten können. Damit wird nicht geleugnet, dass es im Netz Falschmeldungen und Tendenzen zur sprachlichen Verrohung gibt. Einmal mehr deuten aber aktuell die tatsächlichen Spalter der Gesellschaft auf das Internet und rufen Spalter. Wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass die Gesellschaft bereits vor Corona tiefgespalten war, vor allem durch die Politiker und Journalisten, die nun permanent von Solidarität sprechen. Zu diesen vor allem sozialen Spaltungen sind durch die Corona-Politik neue Polarisierungen zusätzlich hinzugekommen. Vor der Sperrung steht die Diffamierung Um Sperrungen von Meinungsäußerungen, die gegen kein Gesetz verstoßen, möglich und gesellschaftlich akzeptabel zu machen, müssen die Opfer der Zensur vorher durch Medienkampagnen gründlich diffamiert werden. Ist das geschehen, können sich darauf zunächst prominente Politiker beziehen und die bereits diffamierten Andersdenkenden ganz unverblümt als Bekloppte oder Covid-Idioten markieren, um sie dadurch gänzlich für politisch vogelfrei zu erklären und sozusagen zum Abschuss freizugeben. Dadurch ersparen sich die betreffenden Akteure auch die lästige Auseinandersetzung mit den teils sehr guten Argumenten der Kritiker der Corona-Politik, denn das sind ja schließlich nur Bekloppte auf dem Ego-Trip. Im Zuge dieser Strategie wird eine allgemeine Verrohrung der Kommunikation in Kauf genommen. Hasssprache kommt oft zunächst von oben, bevor sie die Netzwerke erreicht. Joachim Gauck oder Saskia Esken scheinen sich über die Wirkung ihrer Wortwahl nicht im Klaren zu sein. Denn so sehr man sie als Politiker ablehnen mag, so sehr fungieren sie doch als Vorbilder, die potenziell viel mehr Wirkung entfalten können als Internetkommentare. Verrohrung von oben Eine solche teils von oben betriebene Verrohrung der Gesellschaft ist gefährlich. So könnte die offizielle Hetze gegen Andersdenkende bald Früchte tragen, etwa weil sich Bürger mit entsprechend aggressiver Persönlichkeit aufgerufen fühlen könnten, den Bekloppten und Idioten, den Schwurblern, Nazis und Corona-Leugnern auch auf der Straße und auch mit Gewalt endlich Einhalt zu gebieten. Hoffentlich tritt dieses Szenario nicht ein. Auch beim Thema Verrohrung sei betont, dass das kein neues Corona-Phänomen ist. Bereits vorher hatte sich die offizielle Sprache von vielen Politikern und auch jene einiger Journalisten gegenüber politisch Andersdenkenden oder gegenüber Hartz-IV-Empfängern erheblich verschärft. Inzwischen wird Protest an manchen Stellen ganz allgemein als Störung eingeordnet und nicht mehr als ein Eintreten für die Demokratie, die täglich neu erstritten werden müsse. Kritik an der Regierungspolitik kann im Corona-Neusprech nun auch als koordinierte Schädigung der Gesellschaft bezeichnet werden. Ist dieser verdrehte und gefährliche Gedanke erst einmal etabliert, kann man Demonstrationen verbieten und Meinungsäußerungen löschen und dafür auch noch Applaus von jenen einsammeln, die sich bis gestern noch als große Demokraten aufgeführt haben. Lob für Facebook aus Medien und Politik Aus der Politik gab es teils Zustimmung zu den jüngsten Löschungen durch Facebook wie Medienberichten. Demnach befürwortete die SPD-Vorsitzende Saskia Esken im SWR-Fernsehen die Entscheidung von Facebook. Gleichzeitig kritisierte sie, dass Plattformen ihrer Verantwortung noch nicht vollständig nachkämen, volksverhetzende und andere strafbare Inhalte zu entfernen. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl, CDU, sprach von guten Nachrichten. Mit diesen Sperrungen dürfte es für die Szene erheblich schwieriger werden, ihre Propaganda zu verbreiten und der weitere Zulauf aus der Bevölkerung dürfte erschwert werden, sagte der Minister der dpa. Der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, begrüßte das Vorgehen Facebooks. Das wird den Querdenkern erschweren, neue Anhängerschaft zu generieren, sagte Blume am Freitag der Deutschen Presseagentur. Digital-Staatsministerin Dorothee Bär, CSU, erklärte, es sei zulässig, dass soziale Netzwerke von ihren Nutzerinnen und Nutzern die Einhaltung bestimmter Community-Standards verlangen, die über strafrechtliche Vorgaben hinausgehen. Das sei auch höchst richterlich festgestellt worden. Dabei muss das Grundrecht der Meinungsfreiheit der Nutzerinnen und Nutzer und das Gebot der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden, so Bär. Auch in vielen deutschen Medien wurden die Löschungen durch Facebook begrüßt. Hier folgt nun ein kleiner Ausschnitt aus einer Presselandschaft, der zum Teil wichtige Prinzipien abhandengekommen zu sein scheinen. So beklagt die Zeit vor allem, dass die Löschungen zu spät erfolgt seien. Der Gedanke dahinter sei aber durchaus der richtige. Zitat Immerhin fügt die Wochenzeitung an, Die Süddeutsche Zeitung erklärt, die Löschung sei nicht nur eine Sicherheitsmaßnahme und fährt fort. Zitat Die Nürnberger Nachrichten Wer viel in dem Netzwerk unterwegs ist und die rapide Zunahme von Halbwahrheiten und Fake News bezüglich der Corona-Pandemie, meist aus der Querdenker-Szene heraus befeuert, miterlebt hat, der kann diesen Schritt nur begrüßen. Schließlich verbreiten die Anhänger der Bewegung keine harmlosen Verschwörungsgeschichten, sondern knallharte Falschinformationen, die im Extremfall sogar Leben kosten können. Zitat Ende Bei der Südwestpresse denkt man zunächst, es würde Kritik anklingen, doch die bezieht sich eher darauf, dass zu spät reagiert worden sei. Zitat Man mag zu den Corona-Skeptikern stehen, wie man will. Es ist bedenklich, wenn ein quasi-Monopolist wie Facebook entscheidet, welche Meinung an die Öffentlichkeit gelangt und welche nicht. Noch dazu, wenn er an der Polarisierung durch Trump oder die Querdenker lange Zeit prächtig verdient hat. Wenn es Facebook um mehr als Imagepflege gehen würde, hätte der Konzern viel früher reagieren können. Denn es ist nicht erst gestern gewesen, dass der Verfassungsschutz die Querdenker als Beobachtungsobjekt eingestuft hat. Das war schon fast vor einem halben Jahr. Zitat Ende Der Tagesspiegel bedauert, dass die Löschungen der Querdenker nicht zum Verschwinden bringen werde. Zitat Die Querdenker in Deutschland sind in ihrer Mehrheit laute Corona-Leugner und in ihrer Minderheit freche Lügner. Aber sie sind eine gesellschaftliche Realität. Um ihr Netzwerk von Facebook zu entfernen, dafür muss der Internet-Riese nur seinen Zauberstab schwingen. Doch die Querdenker-Bewegung wird ohne Facebook-Präsenz nicht zum Verschwinden gebracht. Ihr Aktionsradius wird hoffentlich eingeschränkt. Doch schon die vergangenen Aufmärsche in Berlin haben gezeigt, mit welcher Schleue, mit welcher Energie, mit welcher Entschlossenheit diese Querdenker ihre Überzeugung demonstrieren. Der neueste Orgaschlachtruf heißt, auf zu Telegramm, Beschimpfungen, Hetze und Verleumdung werden das Ventil finden, das sie brauchen, nicht nur auf der Straße. Zitat Ende Darum sollte wohl gesetzgeberisch nachgebessert werden, um die Zensur auch wirklich umfassend zu machen, schreibt indirekt der Reutlinger Generalanzeiger. Zitat Man darf gespannt sein, wie der Streit zwischen Querdenker-Initiator Michael Ballweg und dem Internet-Konzern ausgeht, sollte er vor Gericht ausgetragen werden. Auch ist die Wirksamkeit des Facebook-Rotstifts in der Realität überschaubar. Messenger-Dienste wie Twitter und WhatsApp entgehen dem Bannstrahl. Auch Telegramm unterliegt den Regeln des Gesetzes nicht. Hass und Hetze lassen sich also auch weiterhin transportieren. Nach der Wahl muss deshalb das Netzwerkdurchsuchungsgesetz überarbeitet werden. Zitat Ende Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Vielen Dank! Willkommen zu Recht! Vielen Dank.